Ist der Baumschirmtyp? Komm einfach her, ist egal, komm einfach her. Ja, muss man jetzt durch, komm ich jetzt nicht ran. Hallo und willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir stehen vor der siebten Horn und nachts sind grad zurück vom Looten aus der U-Bahn. So, wo kommt der hinten? Wir haben ja schön viel Erzeisen, bla 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 hier von... Wo bist du? Jetzt bin ich hier. Guten Tag. Ich reparier noch ein bisschen, hier ist noch eh ne Treppe. Die ist noch nicht so viel wert. Ich hab noch Platz in der Kiste für... Für das ganze Eisen! Wahnsinn, ey. Ich muss nur mal gucken, ob wir hier wirklich... Ne... Alles umgewertet haben. Ich reparier noch mal ein bisschen. Hölle, Hölle. So. Das ist doch von der Mund hier. Ja, mal gucken, ähm, was der Strom macht hier vorne mit unseren... Mit unseren Schneidewerkzeugen. Ob die konstant aufgeladen werden? Oder eben nicht. So, hast du gesagt, Muni haben wir da noch vor? Ja, ich hab auch Muni bei, mal gucken. Zur Sicherheit mal ein bisschen weiter. Und, ähm... Was wollte ich denn grad noch machen? Irgendwas wollte ich grad noch machen. Achso, ich wollte mir noch ein paar Äste herstellen. Wir ranken halt ein paar Ifun auf dem Rückweg. Ich werd mir mal noch ein paar Äste machen. Weg. Hier, warte. Ja, ich brauch auch noch ein bisschen. Ich schaff jetzt ja auch nicht, alle draus zu packen. Ich guck auch nicht. Ich hab jetzt auch die Taschen voll gelassen. Könnte ein bisschen, aber... Äh... Äh, 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 ich will jetzt nicht... Ich will jetzt hier nicht suchen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wahnsinn, ey. Warte wieder an Eisen und allen rausgeholt haben. Krass. Das stimmt. Richtig viel in der U-Bahn grade. Das geht doch alle halt nicht rein. Müsstet hier auch... Man wird ein bisschen woanders reinpacken. Krass. Dann können wir uns nicht mehr beschweren, dass wir... Oh, dass wir zu wenig Loot haben. Das stimmt. Die Sachen auspacken. Hier ist noch ein bisschen... Ach so, ich werd mal noch... Ich glaub 60, 100 Äste beide. Recht locker. Denk ich mal, oder? Also Nacht 6 war jetzt nicht so dramatisch. War ein bisschen schwerer, ja? Nacht 7 wird nochmal ein Zacken schärfer vielleicht. Aber... Ja, wird bestimmt schwieriger. Ja. Denk ich auch. Ich bleib jetzt hier so. Da hätten wir ein bisschen Überblick. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Geh mal gucken, ob Strom oben alle safe ist, oder? Ich glaub, ja. Ich hoffe, die... Die beiden Batterien... Ja, die sind grad halb voll. Ich weiß nicht, ob die es jetzt schaffen, wa? Aufzuladen. Ja, werden wir sehen. Die Inn ist leer. Aber die komische... Solar... Also diese Solarbranille war ja... Außer Betrieb irgendwie. Die hat geblitzt und geblunkert. Kein Krater, aber jetzt. Dürfte eigentlich wieder funktionieren, jetzt erst mal. Tja. Was trau ich denn? Wolzen? Ein paar Wolzen, oder? Davon werde ich schlecht nicht so. Wir brauchen eher ein bisschen... Ich glaub, wir haben Munition. Das ist ja nicht gelene Steine. Ah, die Fundamente haben doch alle ein bisschen gelitten. Die müssen wir das nächste Mal hochwerten, jetzt auf Eisen alt fahren. Ja, das machen wir jetzt fertig. Gegen Explosion. Die zwar da ein bisschen sicherer sind. Falls wirklich mal ein paar hier hochgehen, oder... doch mal einer kommt und hier permanent auf die Dinger einprügelt. Mhm. Und der hier hoch, der Dicke. Da leuchten die Dinger denn hier? Ja, die leuchten. Okay. Dann sollten die ja funktionieren. So, die Waffe sollte ich mir mal auf den Slot packen. So, ja. Das war nicht aufgewertet. Das war nicht aufgewertet, nix. Naja, egal. Das Eisen ist schon vorne. Treppen und so sind alle schon auf Eisen. Aber man kann die Fallen nicht mehr mit Ästen aufwerben. So, wenn da mal stressig wird... Tja, das musst du entscheiden. Ich bin eher der manuelle Typ. Ich finde, wenn man das manuell aufladen kann, also außer so Miniguns, Ballisten, Katapulte, so eine Sachen würde ich mit Strom machen. Aber die Sachen hier vorne, so eine Klinigkeiten, da ist man, glaube ich, schneller und effektiver, wenn man die mit Ästen noch auflädt. Aber da bin ich eh oldschool. Oh, ich hab keine kleinen Steine mehr. Komm, die hab ich. Geht gleich los. Und dann mach die Tür zu. Ja, die Tür öffnet manuell. Manuell. Kleiner. Manche Kiste. Kleiner Stein. Ach komm, dann wird die Tür zu. Mach die Tür zu. Ja, ja, ja. Bleib entspannt. Nee, du bist schon wieder weg gewesen. Von der Tür. Nee. Ich hoffe, wir brechen die uns heute nicht mal ein und wir kriegen die nicht mit. Wenn du die Tür schließt, passiert da nichts. Das ist auf Eisen. Da kommt keiner durch. Das ist auf Stein. Nicht auf Eisen. Wieso ist da eine Eisentür? Nee, das ist Stein. Echt, ja? Na, dann mach's auf Eisen schnell. Jetzt. Geh schnell. Mach Eisen. Okay. Stelle sieben. Wir sind gespannt. Was ist denn hier eigentlich? Den Böden? Ach da. Oh, 65 hat der Boden nur noch. Die machen hier oben doch ja ein schönes Wort. Haben wir das vergessen letztes Mal? Wahrscheinlich auch. Nee, vielleicht einfach nur einen übersehen. Guck doch eh mal durch, ja. Weiß was jetzt hier kommt. Ja, klar. Ich hab auch unten alles. Sicher. Holz halber. Ja, doch. Sind noch ein paar Stellen. Ja, stimmt. Sicher, sicher. Ich hab's vergessen. Ist alles noch? Uiuiuiui. Nachlässig sind wir. Stimmt. Er geht ab da unten. Zeig her. Genau. Hier ballert das. Der klopft auf dem Auto an. War einer mit dem Baumstamm. Soll ich mir den mal schnappen? Das ist was anderes. Das ist ein Granatwerker oder so. Da schlägt doch unsere Wand ein. Ja, da komm ich nicht hin. Oh, da schlägt die ein. Ja, dann muss ich mal... Ja. Oh, dann kommen sie aber von allen Seiten. Was ist denn? Da läuft man. Er ist jetzt an der Busselle-Stelle. Ja, ich musste mich erstmal kurz in Sicherheit bringen. Tut mir leid. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Dadurch, dass ich jetzt hier steuhe. Ich habe ein Flammweil. Kann ich von hier da schießen? Ja, du darfst bloß nicht das Fundament wo du stehst treffen. Aber du bist eben nicht erreichbar. Ja, ich weiß. Aber wenn ich jetzt woanders stehe, mache ich ja unser Fundament kaputt, oder? Ist der Baumstamm-Typ? Ja, komm einfach her. Okay. Ist egal, komm einfach her. Ja, du... Oh, oh. Ja, muss man jetzt durch. Komm ich jetzt nicht ran. Probiert gleich. Nee, von oben geht das nicht. Wenn du durchschließt, das funktioniert. Komm ich nicht ran. Okay. Vielleicht schon unten. Jetzt haben wir mal ne Welle, wa? Warte. Äh, ne Pause. Komm, wir helfen. Oh. Okay, eins konnte ich? Jetzt kommst du oben. Gut vielleicht. Oh fuck. Kannst du noch löschen? Ja. Okay. Okay. Ah klar, hast du. Hier rottet. Treppe nur noch. Scheiße. War ein bisschen... So. Jetzt leg ich meine Waffe wieder. So, warte. Achso, du bist auch grad da. Okay. Okay. Und wieder rüber. Ja, komm mal, komm mal. Das ist ein bisschen... Das ist noch ein bisschen kompliziert. Ja, aber eins sieht nur, ey. Wenn ich die Großen da unten wegmachen will mit dem Feuerwerfer, mit dem Flammenwerfer, muss ich auf unserer Foundation stehen. Und wenn ich mich aber dann umdrehe, weil die zu viel klopfen... Vielleicht müssen wir das einfach verbinden. Okay. Mit oben. Oder so. Ich hab keine Ahnung. Ja, kriegen wir raus. Ist nicht so schlimm. Genau. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Was würdest du nicht schaffen, wenn da... die Ernstviewe kommen. So wie jetzt? Ungefähr? Guckst du mir zu? Weil ich von hier nicht aufladen kann. Ich muss da durchstehen. Doch, kannst du ganz dicht... Doch, du kannst nach vorne gehen und dann kannst du auswählen. Nee. Ach doch, jetzt geht's. Jetzt geht's. Aber nicht... Alle. Alle wirklich? Okay. Alle. Nehm ich alle zurück. Schatzi, die reißen uns heute den Arsch auf. Ich sehe das schon. Die Batterien sind alle. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Sind ja nur die drei Pfeilen da vorne. Ah. Boah, die Windfeder drehen sich doch, also... Ja, das reicht aber wahrscheinlich nicht aus für drei Pfeilen. Die drei Schneidewerkzeuge... Warte mal, was braucht denn so ein Schneidewerkzeug, wenn das abgegratet wird. Stromverbrauch 60. Die haben doch noch eine Stand-by-Leistung. Deswegen. Ah. Okay. Aber ich nehme alle drei Stunden für drei. Dann müssen wir da einen Schalter... Dann müssen wir da einen Schalter dazwischen machen. Dann nehmen die vielleicht keine Stand-by-Leistung. Okay. Das haben wir nicht berechnet. Na ja, das können wir ja auch nicht, weil... Woher sollen wir das vorher wissen? Ja. Wir müssen es ja erstmal testen. Ja. Das sagt uns ja, Kinder. 6, 11, 180... Und ich glaube, wir haben bloß einen Stromeingang mit den beiden Ventilatoren von 150. Ich finde doch, wir sollten hier wieder die Balliste hinstellen. In diesem Freien. Ne, wir machen in der nächsten... In der nächsten Nacht. Machen wir. Warum? Jetzt wird's lustig. Komm runter da. Komm runter da. Ich dachte, da kommt jetzt wieder... Da kommen jetzt wieder. Was Böses. Da kommen jetzt wieder. Die Baumstammtypen. Ja, dann muss ich wieder runter. Frühstück. Das sind eure Fallen. Nein. Die da ist vorne. Oh, die fallen aber schwer um. Nein. Der erste ist weg und der andere ist auf der linken Seite weg. Den seh ich nicht. Der ist weiter hinten links, ne? Ich seh ihn auch nicht. Doch, der kloppt da hinten. Dann müssen wir runter. Oh, fuck. Nicht runter. Der kloppt aufs Auto. Oh. Wir haben hier gerade Besuch. Komm. Geht denn der Pusher? Oh doch. Inher hat er hier... Inher hat er hier... Oh doch. Oh. Hier ist ein bisschen Feuer. Oh. Das wird doch nicht geschafft. Ich muss mal den Zaun da... Oh, den haben wir ja nicht umgehört. Okay. Nee, den Zaun da nicht. Wo ist denn der Baumstamm? Komm rein, die da hinten. Der kloppt auf ein Auto ein oder ist das für mich nur ein Bug? Liegt's am Auto? Steht da hinten aber vorne schon? Ich seh den auch. Aber ich komm von hier glaube ich nicht richtig. Ach, der schmeißt auf unsere Treppe. Okay. Aber hier kann er ja machen. Ich weiß nicht mehr. Sechs Treppen oder so. Ich seh ihn jetzt da. Dann krieg ich nicht weg. So, Kumpel. Er ist hin. Ich hab bloß noch 70 Muni. Ich muss jetzt sparen. Ich hab hinten noch 116 oder so. Komm mal. Jetzt haben wir hier oben. Wir klären hier oben mal nach. Das war noch nicht unbedingt nötig, aber... Kommt gleich die Welle. Wir müssten jetzt nochmal aufladen, was wir können vielleicht, wa? Ja. Ja. Weil hier... Könnte das eng werden. Aber hier die Schredder am Ende retten uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Ich find die Schredder sind irgendwie am effektivsten. Die Schredder? Nee. Entschuldigung. Die Schneidewerkzeuge. Ich war grad mit dem Kopf am Schredder, aber... So. Ja, das Ding dabei ist, die Fallensborne sind aus. Jetzt kommen ein Stück der Baumstammtypen. Okay, jetzt los. Ja, inner ist das. Nee, das ist ja inner mit dem Ranzen-Dings. Der ist... Der ist dabei. Ja. Nimm doch... Nimm doch einen Flammen von hier oben. Einfach. Wenn sie hier hochkommen. Aber die Baumstamm-Fügen kommen ja nicht hier hoch. Doch. Echt ja? Naja, hoch will ich nicht. Oh, jetzt hat mir der Typ runtergezogen. Hm. Okay, ich seh den Baumstammtypen. Guck mal, hab ich so einen Baumstammtypen. Oh, scheiße. Der ist... Der ist hier am Eingang. Der Baumstammtypes kommt hoch zum Schreddern. Scheiße. Ich hab kein Mensch zum Essen mehr und fall runter und bin tot. Volle Kanne runtergeschossen worden. Oh, ich bin auch tot. Okay. Oh, fuck. Dann müssen wir den Baumstammtypen. Jetzt gucken. Puh. Ah. Wir müssen hier raus und äh... Tür zerschließen. Dann schnell die Tür zu machen. Und dann nach oben. Meine liegen irgendwo oben in... Nee, ich lieg unten. In dem... In dem ersten... Ich glaube in dem ersten Kompressor. Da liegt drin. Da oben dürfte jetzt Ruhe sein. So, ich hab meine Sachen, aber ich könnte schon wieder... Oh, fuck. Ich hab meine Sachen hoch. Aber ich kann nicht essen, weil ich hab nichts mehr zu essen und bin gleich wieder tot. Ich glaube, ich muss mich erst nochmal töten lassen und gucken... Ich hab... Ich hab Essen bei. Tja. Ich dreh ne große Runde, aber ich weiß nicht, ob mich der Baumstammtyp gleich bewirft. Ich hab wirklich nur noch ein Mini-Leben. Ich hab Essen bei. Kann ich die hier oben hinnehmen. Okay. Hier ist zwar noch irgendwo ein Schlagsherz rücken. Boah, der ist grad weg. Okay. Äh... Wie war bitte? So. Erstmal hab ich den hier liegt. Okay. Schrapp ich mir mal... Wo ist denn der Baumstamm eigentlich? Da. Kriegen wir den mal schnell? Okay, zeigen wir den mal schnell. Gleich. Ich lösche kurz hier oben was. Und dann kann ich... Äh, sieben. Hier ist er, die Waffe. Die sieben. Ja, äh, meine Waffe. Wo ist der Baumstammtyp? Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Er liegt, glaube ich, vorm Auto. Hier ist noch Sonne. Ja. Ja, da ging... Da ging die Sound kaputt. Deswegen laufen die jetzt recht... Recht direkt. Da tue ich. Das war aber das Ende, oder? Ich hoffe doch. Haben wir die Schaft? Wir haben uns ein bisschen den Arsch aufgerissen. So geht das jetzt nicht mehr. Nee, wir müssen nicht. Große Fresse. Ein Stein da. Na gut, das ist nicht kaputt. Also, außer dass wir zweimal gestorben sind. Aber das war ja nicht durch, ähm... Durch... Fehler in unserer Aufbau. Doch, durch Zombies. Nee, nee. Ich bin oben runtergeflogen. Von... Wieder... Vom Dach. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall vier reparieren. Und wir müssen gucken, dass der Strom länger hält. Ja, da muss ich mich als erstes drum kümmern. Das war irgendwie ein bisschen... Irgendwo ist da der Fehler, aber das kriegen wir auch noch raus. Müssen wir... Müssen wir uns eh angucken. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, vielleicht... Also die Batterien kann man auch noch mal aufwerten. Vielleicht Titte. Und wir brauchen mehr Input an Strom. Also ich denke mal, ich werde als erstes nochmal... Gucken, was wir an Utensilien haben und nochmal... Also auf jeden Fall zwei Windräder noch hinstellen. Vielleicht sogar drei. Einfach nur zur Sicherheit. Okay. Und dann, äh... In der nächsten Nacht habe ich irgendwas hier oben zu stehen, was schießt. Das ist Fakt. Mhm. Den Spaß hier mache ich nicht nochmal mit. Na ja, gerade für diese Baumstammmenschen hier. Ja. Wo ich dann rennen muss oder so. Da wird so eine komische... billigste Schießgerät hergestellt, was das da gibt. Das einfachste. Das erste irgendwie. Aber du, guck mal. Ich habe hier nichts an den Treppen repariert. Großartig zwischendurch. Und trotzdem ist das nur mal 51 oder so. Also doll was kaputt haben sie nicht gemacht. Trotz den Funden aufwerten. Also den Catwalk sozusagen aufwerten. Wir haben das erfunden, ne? Dass das Catwalk heißt. Nee. Ich kann nur mal so sagen. Echt? Ja. Aber... In der ersten Staffel. Okay. Ähm, ne. Also... Die Fallenstrecke wäre noch nur Teil. Das sollte nicht so das Problem sein. Nö. Bis zu wenig schreddern. Und danach ist halt Haus. Kann nicht kaputt gehen. Und ich kümmere mich da drum. Dass ich schnell noch drei so eine Dinger da hinstelle. Die Batterien aufwerte. Und so eine Knarre baue. Irgendeine Knarre. Genau. Irgendwas. Ich guck mir mal an, was ich an Utensieren brauche. Jetzt mal gucken, warum da so wenig Strom war. Ich glaube, man kann immer nur ein Gerät anschließen. Wenn du nur ein so ein... Obwohl, wir haben ja mehrere, die Strom produzieren. Ja. Ena ist ab. Oder aus. Aber warum? Muss ich auch nicht. Muss ich mal das Matrix-Teil nehmen? Die Matrix. Irgendwas piept hier. Ja, aber... Der ist angeschlossen. Schädlich. Ist die Batterie kaputt? Hier ist auch Ena aus. Ena Batterie. Die ist ja... Leuchtet ja auch nicht mehr. Die rechte. Ja klar, weil das rechte Ding hier nicht. Die linke. Das Ding ist nicht. Ja, aber das ist ja auch angeschlossen. Ja, aber irgendwas... Also irgendwo ist ja der Stromkreis unterbrochen. Ich stehe es halt normal an. Oder zu viel. Ich stehe es halt normal an. So. Das sollte ja nicht so das Problem werden. Ach, Nägel. Shit. Ich hab schon mal ein bisschen hier auf Eisen aufgewertet. Den Catwalk. Aber mir fehlen gerade noch ein paar Nägel. Die hole ich mal schneller. Den haben wir schon... Und dann endlich die Kupferbahn allein. Wir hätten doch so viel Kupferbahn. Ja. In der Kiste hier rechts. Wo Kupfer drin ist. Da ist nicht ein Bahn drin. Da sind 90 Kupfererze. Müssen wir erst machen. Ja. Da waren 5 Kupferbahnen voll drin. Na eben. Ja, 5 habe ich vorher rausgenommen. Zum Uffwerten irgendwo. Oder zu irgendwas. Ah, ich dachte wir haben doch. Aber es waren 5. Es sind ja nicht viele. Ja, die hätten mir jetzt gerade gereicht. Mhm. Okay. Oh je. Elektrischer Stromkreis. Au. Oh. Bei dir drin? Ja. Ja. Die Olle. Mein Schattel so weg machst. Habst du nicht gesehen? Ich war schon draußen. Ich hab's nur gehört. Wie kommt die Fallschrecke dann? Könnte ja machen. Die Fallschrecke. Ähm. So. Oh, jetzt ist er wieder da. Mein Gott. Schatzel nichts. Du kommst ja zu nichts. Ständig, ständig. Ja, wa? Furchtbar. Du kommst zu nichts. Ah, die Batterie ist schon wieder so ein kleines Ding aufgeladen. Wo ist denn hin? Wo ist sie? Ich seh sie nicht. Oh. Die Körse klopfen. Die ist drinnen. Wann ich hierin? Wie? Du machst den Flamina los? Nein. Blödet Ars. Eck von meiner Kiste. Kurzen Prozesse macht jemand jetzt. So. Drei elektrische Geräte. Wann? Warum hängen Eier in der Tasche? Ich wisst ja nicht. Die ganzen Eisenbahnen hatten wir doch auch. Ach, die brauchst du, wa? Äh. Ne, ich hab Steine in der Tasche. Eisenbahnen hängen gebraucht für Aufwerten gerade. Ah. Jut. Hast. Na, welche machen. Und Eisenbahnen. Kupferbahnen. Wann brauchen wir immer ein bisschen mehr Kupfer da? Also Kupfer hatten wir ja glücklicherweise eine Menge gefunden. Bestimmt. Durch diese... In der U-Bahn. Versteckte in der U-Bahn. Eisenbahnen. So. Drei Mal. Oh, das sieht doch schon mal gut aus jetzt hier. Töööö. Warum kommen denn so viele Baumstammtypen schon von nach 10? Ich dachte... Ist auch nicht. Ich dachte, die richtig Bösen kommen erst später, aber scheinbar... Hm. Ja, die Baumstammtypen, die sind eben so ein bisschen phlegmatisch, fand ich ja. Die standen einfach nur da und haben auf irgendwas drauf rumgekloppt. Ja. Die haben sich eben so lange von der Stelle bewegt, wa? Aber die machen uns ja alles kaputt, wenn wir die lassen. Oh ja. Wenn wir die in Ruhe lassen. So, jetzt hab ich schon wieder veressen. Ach, Tic. Braucht er da oben. Ach so. Und erst mal hier zwei Sonne-Vidilatoren hinstellen. Die Röcke als erstes. Da brauchen wir noch vier Strömchen. Vidilator. Zwei Stecker, zwei Motoren. Zweimal Stecker, zweimal Motor. Zack. Und zack. Der Rest. 30 Nubel, sechs Grün. Nebel. Kriegen wir mal 100 Nägel. Ja, ich hab jetzt auch ein paar mehr gemacht. Oh, ich bin jetzt auch. Ja, wir haben so viele Eisen-Furzeldinger da. Diese kleinen Eisenplättchen. So, Catwalk ist durch auf Eisen. Ich seh, hier fährt noch ein bisschen davon. Und Eisenplatten. Und mal alle. So, Eisenplatten reicht nicht. Ich brauch Plastik. Plastik ist dünner, ey. Ja, müssen wir nochmal los. Aber das können wir... Gibt das aus Bäumen, wa? Das Harz. Und Gummi und so, ne? Genau. Irgendwie. Irgendwas. Ach, boah. Was ist denn unser Bangsheng? Man war viel verbraucht. Mit dem Flammi. Dann machen wir nämlich nochmal den Restplastik. Brauch ich jetzt zum Bauen unbedingt. Ah, gerade so schaffe ich jetzt noch die beiden Dinger hinzufüllen. Aber denen habe ich nichts mehr. Ja, dann machen wir. Da müssen wir ein paar Autos schlachten gehen. Genau. Dann gehen wir. Da steckt das auch immer drin, wa? Ja. Wir gehen dann ohne euch ein bisschen spazieren. Und holen euch dazu, falls wer kommt. Ja, Sieg. Ich denke, es überlastet oder irgendwas. Weil da vorne zwei, drei Fallen angeschlossen sind. Die sind ja wahrscheinlich trotzdem in Betrieb irgendwie. Das kriegen wir raus. Wir fubbeln noch ein bisschen. Wir gucken noch ein bisschen. Wir gehen ein bisschen looten und holen euch dann in der nächsten Folge wieder ab. Bis dahin. Haut darin. Ciao.